Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CS4 Adventskalenders 2017 und auch heute gehen wieder drei weitere Skins raus. Es ist nämlich Tag 16 und ja, es ist Türchen Nummer 16. Ich habe mir gedacht für heute, als Skins. Wir beginnen mit einer abgesägten Schrotflinte, der Kraken. Dann geht es weiter mit einer USPS Cayman und zu guter Letzt dann, ja, nämlich eine Pipi-Bison-Judgment of Anubis. Die gewinnt sich ja dann wieder von den Kommentaren, oder die drei gewinnt sich ja von den Kommentaren des Teilnehmervideos. Falls da jetzt jemand Neuer dazu schaltet und sich hier fragt, wie kann man hier teilnehmen oder was genau ist das hier? Der CS4 Adventskalender ist eine Art Giveaway, wo vom 1. bis zum 24. Dezember täglich drei oder mehr Skins rausgehauen werden. Am 24. gibt es dann als Hauptreis noch ein Knife. Und ja, also erster Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo, da könnt ihr teilnehmen. Und, beziehungsweise da erkläre ich ja, wie ihr teilnehmen könnt, wie ihr, was ihr gewinnen könnt. Und ja, also im Prinzip alles, was ihr missen müsst. So. Die Gewinner von gestern setzten ja heute aus und die von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei. Und dann würde ich auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen. So, die abgesägte Schrotflinte, der Kraken, geht an kalt gedostet, JT. Er hat 802 Kommentaren und hat kommentiert wie, schmeckt voll Affen... Ach, was laber ich, Digga. Wie schmeckt wohl Affenfleisch? Glaube nach Gewinn. In dem Fall schmeckt es nach einer abgesägten Schrotflinte, der Kraken, mate. Also mal Glückwunsch an dich. Dann die USPS-Kamen, die geht raus an den... Och lol, du hast doch gerade gewonnen. Also Reroll. Die US... Hey Digga, wieso kommst du jetzt rein? Was? Geht ja... Nik... Nik... Niklix. Äh... Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Er hat 43 Kommentare insgesamt, also eigentlich relativ wenig. Also Glückwunsch an dich, du bekommst die USPS-Kamen. Und zu guter Letzt dann noch die... Pipi... Äh, die Pipi-Pison-Judgment-Of-Anubis. Dir geht raus an den... Syrkat Dalm. Du hast gestern nicht mehr eine gewinnenderweise mit Glückwunsch an dich und du bekommst eine Pipi-Pison-Judgment-Of-Anubis. Ich muss gewinnen, sonst bekommt Joe02-Schläge. Ja, das will doch keiner, dass hier jemand geschlagen wird. Und dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ähm, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über einen Kommentar ebenfalls. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Beziehungsweise, wenn ihr bei den Giveaways nicht mitmachen wollt, könnt ihr mir ja trotzdem ein Abo dalassen. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr da immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann wisst ihr ja gleich immer sofort, beziehungsweise könnt ihr dann gleich nachschauen, ob ihr unter den Giveaways dabei seid oder nicht. Dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis morgen. Euer Santa Elmo. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddyap, giddyap, giddyap. Let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland. We're riding in a wonderland.